Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Review von mir. Heute mal so. Normalerweise ist das ja meine Pose, wenn ich ein Händchen mache. Und heute machen wir das hier, weil was ich euch vorstellen will, ist so groß. Ich kriege das nicht auf meinem Review an meinen Tisch. Und dann legen wir los. Aber diesmal stelle ich euch was sehr großes vor. Und zwar stelle ich euch heute. Den Infinity Gauntlet vor. Aus der Marvel Legends Serie. Und das ist der Handschuh von Thanos, wie man ihn aus dem Infinity War kennt. Ich fand ja, Thanos ist ja gemein so. Ich fand ihn ja im Film großartig. Ich finde ihn wirklich geil. Also ohne Frage. Ich fand ihn im Film halt wirklich super. Und allein gesehen, dass dieser Testaristteil hier rauskam. Und ich habe ein bisschen gewartet, aber ich habe ihn mir dann auch am Ende gekauft. Es gibt natürlich auch noch etwas günstigere Varianten davon. Aber die sind halt nicht der Real Deal, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Hier haben wir das Teil. Ich komme auch ein bisschen näher mit der Kamera. Also erstmal seht ihr, wie groß... Das war jetzt nicht der Plan. Das ignoriert ihr kurz. Also erstmal könnt ihr... Gut, dann können wir uns nochmal die LEDs angucken. Wie ihr seht, alle sechs Infinity Steine haben eine sehr, sehr helle LED. Und ich mache mal so. Das erkläre ich euch gleich. Man kann diese ganzen schönen Details hier erkennen, die man hier eingearbeitet hat. Das ist super in der Kameraqualität. Also wie gesagt, auch die Steine hier. Ich hoffe, die gehen gleich. Die gehen nach einer Zeit aus. Dann sehe ich da eben auch mal genau. Auch hier an den Fingern haben wir auch sehr schön verarbeitet. Hier die ganzen Details. Sehr, also wirklich sehr, sehr filmakkurat. Auch hier die Innenseite. Haben wir auch hier, als ob das alles Gelenke sind, weil es müssten ja alles so Kettenglieder sein. Also das ist halt wirklich sehr cool gemacht. Jetzt sind die ausgegangen. Und hier haben sie auch hier so ein Kettenmuster reingemacht. Das fühlt sich echt schön an. Auch hier, wie sehen die ganzen Details hier. Alles eingehabe. Das hat alles so eine Metalle, ist nicht angemalt. Das Plastik ist in diesem Metall-Bronze. Das heißt, ihr könnt ruhig damit ein bisschen spielen. Da geht keine Farbe ab. Das ist natürlich sehr praktisch. Muss man natürlich wirklich sagen. Eins, was vielleicht ein bisschen unschön ist, das fällt aber überhaupt nicht auf, das sind hier die Schraubenlöcher. Ja, aber gut, da müssen wir sich auch über die Gelenke hier aufregen. Deswegen sehe ich da jetzt kein Real Deal drin. Die Batterien sind übrigens hier. Die schraubt hier auf. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt keinen An- und Ausschalter. Das heißt, das Ding ist Dauer an. Und es heißt, hier drückt drauf. Das Leute geht aus, aber die Batterien laufen halt die ganze Zeit leer. Man kann die nicht ausmachen. Ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist ein sehr, also eigentlich ist es ein über 100 Euro Artikel. Und es war echt nicht drin, hier einen An- und Ausschalter einzubauen. Selbst dieser, es gibt ja davon auch den Hammer von Tua. Selbst der hat einen An- und Ausschalter. Gut, das sieht ein bisschen doof aus, weil der an der Unterseite vom Hammer ist. Aber hier hätte man das den super verstecken können. Egal. So. Jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Feature. Man kann sehen, wie groß dieses Loch hier ist, wo du reingreifst. Also, euer Arm wirkt danach extrem winzig. Das sind solche Ringe. Da greift ihr mit den Fingern rein. Und dadurch könnt ihr mit jedem Finger die Finger separat bewegen. Und dann, es geht automatisch beim Bewegen geht das erste Mal die LEDs an. Das heißt, wir können auch, wie gesagt, und jeder Finger ist separat beweglich. Und wenn ihr nochmal Zeit das macht, dann aktivieren, also wenn ihr eine Zeit lang eure Finger bewegt habt, aktivieren sich die Infinity Steine. Da ist es auch ohne Probleme, eine Faust zu machen, also überhaupt kein Problem. Und da kommt ja auch immer dieses metallische Geräusch, was ich sehr cool finde. Wenn ihr aber jetzt die Faust behalten wollt, dann ist hier ein Knopf. Den drückt ihr runter. Und wenn ihr es richtig macht, dann rastet die Faust nämlich ein. Damit kann man sich das auch dann super hinstellen. Aber ich bin tatsächlich mehr für die offenen Finger. So, jetzt haben wir nämlich noch zwei Funktionen bei den Infinity Steinen. Wenn man gedrückt hat, kann man auch ausmachen, oder? Oder auch nicht. Ähm. Ich muss gerade nochmal gucken. Okay. Also ich wollte es ja eigentlich nochmal ausmachen, zu demonstrieren. Also es gibt einmal nur kurz drauf. Und dann erleuchten die eine Minute. Es gibt aber auch, ihr haltet länger gedrückt. Und dann ist es nämlich so, dass sie ein bisschen länger leuchten. Und, genau, jetzt flimmern die Steine abwechselnd. Also die bleiben nicht einfach nur hell. Ein paar leuchten davon mal stärker, mal heller. Ich werde zu diesem Zweck auch jetzt mal das Licht ausmachen. So, jetzt haben wir das. Und jetzt machen wir das nochmal. Länger gedrückt halten. Es steht leider keine genaue Zahl. Es ist einfach mal länger gedrückt halten. Genau. Ja, aber ihr seht, die leuchten nicht nur einfach, sondern die flimmern auch ein bisschen hin und her. Was ich halt super finde. Dadurch wirken die Steine halt auch wirklich so ein bisschen lebendig. Weil die sind ja halt die Infinity Steine. Und, ja, das ist halt schon ziemlich cool. Und ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch tatsächlich Dinge damit halten. Nehmen wir doch zum Beispiel mal den Infinity Gauntlet. Also können wir den jetzt durch die Gegend tragen. Funktioniert übrigens mit Stofftieren besser. So, dann werden wir nochmal kurz den Klett machen. Und dann abschließend das Fazit zu dem Teil. Also, was gibt es abschließend zu diesem Teil zu sagen? Also, das Teil ist ein Must-Have für alle Marvel-Avengers-Fans. Also natürlich für die Tarnoffs-Fans. Weil es halt ein Riesenteil ist, was ihr da habt. Und es halt extrem cool ist, dass ihr damit auch wirklich spielen könnt. Wie gesagt, also, Daumen hoch dafür. Ah, okay. Ja, und ja, ihr könnt auch... Ja, ihr könnt auch den hier machen. Gut, haben wir es auch geklärt. So, aber neben dem Sack, das ist halt wirklich ein super Teil. Kann man nichts gegen sagen. Ich hoffe, euch hat diese Review gefallen. Und ansonsten wünsche ich euch heute natürlich wie immer einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.